Hagen, grob, du hast im Internet ja schon angekündigt, dass du das eigentlich völlig banal findest. Ja, sterben jeden Tag mehr Leute bei Verkehrsunfällen als durch Terror? Also ich muss es ein bisschen relativieren, weil du sagst banal. Banal finde ich es natürlich grundsätzlich nicht, aber ich wollte mich quasi da auch ein Stück weit, wir haben ja hier diese Schlagzeile wieder, wir sind im Krieg von der Bild-Zeitung und einfach gegen diese, sagen wir mal, ein Gegengewicht dazu einfach bilden, weil ich das so krass finde, immer wieder diese Übertreibung, die da auch drin steckt, in der Weise, dass wir jetzt, also ich muss ja, das liest sich ja fast wie, ab für heute wird zurückgeschossen. Also es ist hier eine Aufblähung von einem bestimmten Ereignis, was uns in eine bestimmte Stimmung bringen soll und das macht mich halt so wütend, wenn ich das immer wieder sehe und wenn das immer wieder passiert, dass man quasi so ein Ereignis nimmt und wissen ja selber, die kommen irgendwie in so einer scheinbar Regelmäßigkeit und möchte irgendwie denken, es würde da ein großer Plan dahinter stecken. Wie auch immer das irgendwie zusammenhängt, aber grundsätzlich eben die, sagen wir mal, das Aufblähnen so eines Ereignisses und daraus gleich wieder die nächsten politischen Aktionen ableiten. Das ist sowas, was mich da sauer gemacht hat, wo ich auch immer sage, ich möchte nicht, dass ein Ereignis wieder dafür verwendet wird, um irgendwelche, krassen neuen Politikansätze halt durchzubringen, Polizei aufzurüsten und so weiter. Das ist halt so mein Ansatz gewesen. Was denkt ihr dazu? Also ich würde auch sagen, banal ist es sicherlich nicht, gar keine Frage, aber es ist auf der einen Seite natürlich etwas, was, danke, was in keiner Weise überraschend kommt. Das ist so der erste Punkt, dass man jetzt so tut, als ob diese Dinge neu sind und über uns hereinbrechen und jetzt was ganz Besonderes ist, was dann auch eine solche Formulierung rechtfertigen würde. Das, was dort zum Ausdruck gebracht wird, ist etwas, du hast es gesagt, was extrem gefährlich ist, dass natürlich mit der Formulierung, wir seien im Krieg, ein Notstand unterstellt wird und ein Notstand schreit nach Notstandsgesetzen. Und das ist genau das, bei dem man fast den Eindruck hat, dass dahin die Reise auch gehen soll. Die Dinge waren vorher bekannt. Wir wissen seit Monaten, dass so etwas passieren könnte. Und jetzt sagt uns das zentrale Sprachrohr dieser seltsamen Bundesregierung, dass wir im Krieg sind. Also muss dann irgendwie irgendetwas folgen bei der Geschichte. Ein zweiter Punkt, der dort für mich immer eine ganz zentrale Geschichte hat. All solche Sachen finden nicht statt, wenn sie in Washington nicht abgenickt wurden. Also davon auszugehen, dass hier ein Terror in Brüssel von irgendwelchen einsamen IS-Entscheidungsfuzzis durchgeführt wird, halte ich für Unsinn. Das ist, die Sarah Wagenknecht hat das sehr als einzige im Bundestag mal deutlich gemacht, das ist eine Kreatur, ein Monster des Westens. Und insofern tun die natürlich auch nur das, was der Westen möchte. Also steckt in der Tat irgendeine Absicht dahinter, zu sagen, wir werden jetzt in Europa mal weiter destabilisieren. Das, was jetzt stattgefunden hat, reicht wohl noch nicht aus. Und jetzt kriegen wir den Terror auch noch ins Haus. Zufällig ist da gar nichts. Also gehst du davon aus, dass dies nicht unbedingt jetzt selbstgesteuerte Attentäter waren, sondern dass die von oben instruiert worden sind, vielleicht von irgendwelchen Führungsoffizieren? Also wenn ich... Ich weiß nicht, ob man das false flag bezeichnen kann oder halt einfach eine instruierte Aktion. Es kann natürlich auch durchaus sein, dass die Jungs, die sich da... Jungs will ich sie nicht bezeichnen, dass diese verwirrten Männer, die das da angestellt haben, dass die natürlich dann auch ideologisch so verdreht worden sind durch irgendwelche Schulungen, durch die die gegangen sind oder durch religiöse Prägungen. Also ich würde es jetzt nicht unbedingt so sagen, dass da unbedingt jetzt die CIA oder ein anderer Dienst dahinter sein muss, sondern das ist natürlich dann auch möglich, dass es die von alleine aus gemacht haben. Vor zwei Tagen oder vor ein paar Tagen, bevor das passiert ist in Bösel, hat man doch den angeblichen Hauptattentäter oder Hauptauftraggeber der Anschläge von Paris gefunden und dass das, wenn das ein Kumpel von denen war oder ein Mitstreiter, dass die dann so eine Retourkutsche gemacht haben. Natürlich dient es den Mächten im Hintergrund sowieso, also die Agenda wird dadurch vorausgesetzt. Aber jetzt gleich zu sagen, naja, das war jetzt wieder Führungsoffizier Europa, der das gemacht hat, ist wahrscheinlich schwierig. Ich würde es schon so sehen, diejenigen, die bereit sind, eine solche Tat zu begehen, die werden, ich sage das mal, regelrecht auch gecastet. Das heißt, die Leute, die dort aktiv werden, sind, du hast mit Verwirrten oder Gestört, letztendlich, wenn ich sowas mache, bin ich gestört, völlig klar, aber das sind Leute, die ausgesucht wurden und die dann auch auf die Reise geschickt werden. Das normale Verhalten eines Menschen ist, wenn er jetzt nicht irgendwie schwer krank ist, dass er sein Leben natürlich erhalten möchte und die völlige normale Verhaltensweise ist auch, dass man natürlich jetzt nicht 200 oder 20 oder wie viel auch immer andere eben mit in den Tod reißt. Wenn ich so gestrickt bin, wenn ich also in einer solchen Verfassung bin, aus welchen Gründen auch immer, dann wissen diejenigen, die mich da losschicken, das ganz genau. Und das erlebst du bei diesen ganzen Sachen immer wieder, dass man das auch regelrecht messen kann. Du kannst feststellen, dass das diese Attentäter Menschen sind, die in einer bestimmten Weise konditioniert waren und dann auch entsprechend eingesetzt wurden. Aber meine These wäre, Terror findet dann statt, wenn diejenigen, die Drahtzieher, das auch wirklich wollen. Sonst finden die überhaupt nicht statt. Ich denke auch, es ist so eine Sache, wo man das so über mehrere Ebenen sehen kann, wo es quasi von einer Ebene nach einer weiß immer jemand immer ein bisschen weniger vielleicht. Also stelle ich mir das eher vor. Ich hatte zum Beispiel zu diesem Attentat jetzt recherchiert noch, dass wohl viele von den Tätern, also was sie schon ermitteln konnten, aus diesem Stadtteil Molenbeek oder so kamen. Und der sowieso schon sehr multikulturell ist. Das heißt, die hatten da schon... Das hast du aber nett ausgedrückt. Ja, ne? Multikulturell, ja. Und da gibt es dann etliche Moscheen, auch 24, obwohl da nur 100.000... Wie viele Einwohner? Weiß ich jetzt gar nicht. Auf jeden Fall relativ wenige Einwohner waren. Und wenn man dann quasi schon so eine Kultur hat, und die Bürgermeisterin spricht selber, dass die das nicht mehr unter Kontrolle haben, dass die Leute sich da in geheimen Orten treffen und sich dann radikalisieren. Und da kommen eben Imane aus Pakistan und die schwingen dann Hassreden oder was weiß ich. Die haben das nicht mehr unter Kontrolle. Wenn man so ein Klima schon hat, dann muss man ja nur jemanden haben, der ein bisschen was weiß, oben drüber. Dem sagt man dann, okay, jetzt wäre mal gut, wenn das und das passiert. Dann hat man wieder jemanden drüber, der schon ein bisschen mehr weiß. Der sagt halt, jetzt machen wir das und das. Und wenn jeder immer nur ein bisschen weiß, macht sich niemand wirklich schuldig oder steuert das niemand direkt so, sondern immer jeder gibt nur ein bisschen was weiter. Und der Letzte, der dann sagt, naja, hier, jetzt geht mal los und macht das. Hier ist der Plan. Der ist quasi, der setzt den Plan nur noch um, den ihm jemand gegeben hat. Und der sagt, das ist für die gute Sache und was weiß ich. Und das wäre meine Vorstellung davon. Ich weiß nicht. Ich glaube auch, dass das von oben natürlich gewollt und irgendwie auch gesteuert ist. Aber dass diejenigen, die letztlich, ja, meistens ja sogar mit ihrem eigenen Leben dann die Bomben zünden, dass die das nicht wissen, für wen sie da eigentlich Politik betreiben. Also ich glaube auch, dass das auch gar nicht mehr notwendig ist, weil man weiß ja heute eigentlich, dass es alleine durch das Traumata tausender Bombardierter in Syrien, Irak und Afghanistan, ist es ja logisch, dass das eine Menge Menschen hervorbringt, die einfach nur noch Rache-Gelüste haben und sich für sowas natürlich sofort und jederzeit hergeben. Also ich glaube, da mangelt es auch gar nicht an Terroristenware sozusagen. Das ist ja das Problem. Und ich weiß nicht, ob unsere eigenen Sicherheitsbehörden, das wird ja hier und da ab und zu mal erwähnt, aber man hat ja das Gefühl, die sind da auf beiden Augen sozusagen völlig blind, wenn sie auf der einen Seite wissen, hier sind Zehntausende ins Land gekommen, wo man gar nicht weiß, wer die sind, woher die kommen, wo die sind. Das weiß man, aber mehr weiß man auch nicht. Und die verschont dann irgendwo hin und man weiß gar nicht, wo die sind. Die hast du nirgendwo registriert zum Beispiel oder so? Zumal, man muss ja auch denken, also ein wirklicher Flüchtling, der aus Flüchtlingsgründen flüchtet, der hierher kommt, der hat gar keinen Grund, hier illegal einzureisen, sich nicht registrieren zu lassen und so weiter. Im Gegenteil. Du kommst ja ins soziale Netz nur. Und über die muss man ja auch gar nicht reden. Also es ist ja sowieso auch, mir fehlt völlig die Differenzierung auch, was die Flüchtlinge an sich betrifft. Mal abgesehen von dem Begriff, der an sich ja schon falsch ist, weil Flüchtlinge können hier bestenfalls per Flugzeug einreisen, wenn man mal das Gesetz ganz genau nimmt. Aber man sieht das ja, Stichwort AfD, da ist ja, wie man auf der einen Seite da wirklich das Volk spalten kann, auch hinter sich ziehen kann mit dem Thema, aber man hat bei dem Thema auch absolut keinen Konsens. Und das liegt eben an dieser fehlenden Differenzierung. Man unterscheidet gar nicht zwischen den Flüchtlingen, denen man völlig gerne besten Gewissens helfen will und Asyl gewähren will und zwischen den Abertausenden, die sich darunter tummeln.